Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit-Letzter-Schluss. Ja, heute eine Ausgabe, die die hundertste ist. Also es ist nicht das hundertste Video, was ich hochgeladen habe bei YouTube oder bei PiaTube, sondern es ist die hundertste Folge. Also jetzt mal diese Mehrteile nicht mitgezählt. Also wenn das mehrere Teile pro Folge gegeben hat, das zählt dann nicht mit rein. Aber es ist jetzt die 100. Ja, also die 100 habe ich jetzt damit erreicht. Und ja, dann kriegt ihr mal so ein paar Einblicke, so ein bisschen hinter die Kulissen, wie so eine Folge entsteht und ja, was ich so im Großen und Ganzen da mache und so weiter und so fort. Jubiläum, hey! Ja, diese Folge ist so ein bisschen so aufgebaut wie so ein Interview. Der Hintergrund dabei ist, dass ich mit anderen YouTubern und Peertubern aus dem Linux- und Open-Source-Umfeld so eine Interview-Reihe mal machen wollte mit verschiedenen Fragen, wie die ihre Folgen vorbereiten und überhaupt. Ja, und da habe ich jetzt mal die Fragen genommen, die ich mir da ausgedacht habe und die stelle ich mir jetzt selbst. Also, was sind deine Themen? Ja, also meine Themen sind Linux natürlich, Open-Source und dann habe ich als zwei Bereiche berufliche Projekte und private Projekte. Also, berufliche Projekte, ja, letztendlich selbst erklärend. Dinge, die ich für Geld mache, innerhalb meines Berufes mache, das sind Projekte mit einmal Linux, da habe ich einige Videos zugemacht. Dann Radius Free IPA, ja, auch im Kundenauftrag. M23, mein Software-Verteilungssystem, was ich jetzt schon seit über 20 Jahren entwickle, betreue und Services anbiete. Dazu habe ich ein paar Videos gemacht, auch für die Tux-Tage, da habe ich auch mal was zugemacht. Und, ja, LAMM-Stack, also Linux, Apache, MySQL, beziehungsweise Maria, DB und PHP einrichten und absichern. Dann hatten wir auch was zur Administration mit, ja, SSH-Tunnel bauen, Grundlagen, allgemein, Klonzilla und verschiedene andere Dinge auch, die in meinem beruflichen Alltag zu Hause sind. Daneben gibt es mehr oder weniger Spaßprojekte, also Dinge, die ich privat benutze, natürlich auch beruflich einsetze, aber die jetzt nicht unbedingt eine berufliche Natur haben. Sowas wie mein TDE-Desktop, also diesen Trinity-Desktop-Environment, den ich öfter mal vorgestellt habe. Dann kleinere, größere Bastelprojekte mit dem Raspberry Pi, beziehungsweise auch mit dem Pico, da habe ich auch mal eine Folge zu gemacht. Dieser klitzekleine Zwei-Kern-Mikro-Controller, mit dem ich mal ein bisschen rumgespielt habe. Und natürlich auch Gaming so ein bisschen, wobei ich ja nun keinen Spielekanal habe oder so, aber hin und wieder, denke ich mal, ist das auch okay. Bringt zwar nicht so die Quote hier, aber da müsst ihr denn manchmal auch durch. Dann habe ich mich darüber ausgebreitet, wie ich verschiedene Streaming-Setups baue. Also hier kriegt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wie ich das so mache. Und für die Kilo Open Source und Linux-Tage, wie das da alles läuft, technisch und so weiter. Dann habe ich ein bisschen Retro gemacht, ein bisschen Vergangenheit mir angeguckt. Dinge, die ich auf meinem ersten Rechner hatte, zum Beispiel PC Geos damals. Das ist irgendwann mal freigegeben, 2019, wenn ich das jetzt richtig erinnere, als Open Source. Und das habe ich mir mal angeguckt in so einer Retro-Folge. Dann habe ich mir auch mal Debian 3.0 angeguckt, was wir für die Museumsnacht verwenden, um da einfach mal so vorzustellen, wie Debian Linux vor einiger Zeit mal gewesen ist. Ja, dann ein bisschen KI-Sachen habe ich gemacht. Da kommen demnächst noch ein paar mehr. Und hin und wieder probiere ich mal Distributionen aus, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie ich so gerade Bock drauf habe. Dieses und mehr findet ihr auf der Projektseite, weisheit.großhabermann.de. Da stehen alle Folgen drauf. Und wenn ich das jetzt hochgeladen habe und ihr dieses Video seht, dann gibt es dort einen Eintrag mit der 100. Folge. Wie lange machst du schon Videos? Ich habe das mal so als Videos betitelt. Also ich bin ja relativ neu, was das angeht mit YouTube und Peertube. Mein YouTube-Kanal habe ich jetzt seit dem 08.06.2021. Also das ist echt noch ziemlich frisch, was ich da mache. Dann habe ich auch Peertube. Das ist quasi eine freie Alternative dazu. Peertube könnt ihr euch selbst aufsetzen. Dann habt ihr so eine Webseite, so ähnlich wie YouTube. Da könnt ihr Videos hochladen, für andere zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Und da hatte ich am Anfang Deftube als einen Anbieter. Da konnte man kostenlos Videos hochladen und das ist eingestellt worden. Eigentlich schade, aber so ist es. Aber das Tolle dabei ist, da es freie Software ist, können andere eben auch einen Peertube-Server aufbauen und den anderen zur Verfügung stellen. Und so bin ich jetzt seit ungefähr einem Jahr bei Technics.de gelandet. Ja. Genau, also wenn ihr kein YouTube mögt, dann könnt ihr auch bei Technics.de gucken, was ich da so mache. Da sind dieselben Videos wie auf YouTube. Bloß es ist eine andere Plattform, die auch in Deutschland richtig gehostet ist, nicht in den USA. Von daher, wenn ihr YouTube nicht mögt, nehmt Peertube. Da gibt es genau dasselbe. Was für Soft- und Hardware benutzt du? Ja, also als Distribution und Desktop habe ich, obwohl ich habe in der Zwischenzeit auch umgestellt, also der erste Punkt, der stimmt gar nicht mehr. Ich habe dieses Xubuntu 2004 mit meinem TDE-Desktop umgestellt auf Linux mit 21 mit TDE, ohne das Ganze neu zu installieren. Dazu gibt es auch nochmal eine Folge, wie man das machen kann. Also quasi so eine, ja, Kreuzmigration von einer Distribution auf eine andere. Und ja, also Linux Mint hat ja auch denselben Unterbau wie Ubuntu, ist an einigen Stellen allerdings anders. Und von daher habe ich jetzt bloß noch Linux Mint 21, allerdings mit dem TDE-Desktop. Das fällt so nicht aus der Tüte, kann man aber relativ einfach umbauen, sodass man anderen Desktop drauf nimmt. Das ist hier meine Arbeitsstation für Videoschnitt, für eben das Aufnehmen, was ich hier mache und alles, was irgendwie so mit Multimedia zu tun hat. Dann zur Aufnahme- und Schnittsoftware. Ich benutze OBS, die Open Broadcaster Software. Damit könnt ihr zum einen streamen, also Live-Sendungen machen, oder ihr könnt das Ganze auch aufzeichnen. Ich habe das schon mal in ein paar Videos so ein bisschen vorgestellt, mal mehr oder weniger. Genau das Ganze, das ist freie Software und das ist so der de facto Standard, was, ja, quasi irgendwie jeder so benutzt. Das wird man in Nebensätzen mal bei irgendwelchen Streamern mal mitkriegen, dass die sagen, ja, mein OBS irgendwie, hm, hm, hm. Genau, und das benutze ich halt auch. Das funktioniert eben ganz gut. Hat zwar hin und wieder mal ein paar Macken, aber so ist es halt, ne. Aber im Live-Betrieb ist es mir noch nie abgeschmiert und bei Aufzeichnungen klappt es normalerweise auch. Auch wenn meine Kamera normalerweise nicht beim ersten Mal anmachen funktioniert, beim zweiten Mal aber doch sehr häufig und beim dritten Mal eigentlich sehr zuverlässig. Zum Schneiden nehme ich hinterher KDN Live. Da schneide ich Dinge raus, die, ja, irgendwie daneben gegangen sind. Ich setze auch mehr oder weniger häufig bei einigen Dingen an. Manchmal ist da so eine Formulierung drin, da stolpere ich dann jedes Mal drüber, da brauche ich dann mehrere Anläufe für. Oder manchmal sind da hinterher so Punkte drin, wo ich mir dann denke, ach, das hast du schon mal vor fünf Minuten erzählt, das braucht man jetzt nicht nochmal drin. Oder Abschnitte bei vielleicht Installationen oder so, wo ich mir dann erst denke, naja, ist vielleicht ganz interessant, das zu sehen. Und dann beim Schneiden denke ich mir, ach nee, das ist so öde, das lohnt sich nun überhaupt nicht, das fliegt dann doch wieder raus. Und ich bastel auch manchmal so ein paar Effekte mit dazu. Also die sind nicht so, oder es kommt darauf an, einige sind relativ dezent. Da kommt dann manchmal so ein kleiner Soundeffekt rein, an einigen Stellen, wo ich mir das dann denke. Das werdet ihr vielleicht nicht unbedingt immer merken. Das ist so ein bisschen Easter Egg mäßig. Und dann gibt es die Animationen, die ihr relativ häufig auch seht. Keine Ahnung, am Ende, was ich immer drin habe, ist dieser Pinguin. Wenn ich den mache, hier Abonnieren, Glocke drücken, dann macht der hier so, ja, dann kommt da der Pinguin, der wird da eingeblendet, der nochmal ein Schild hochhält. Oder wenn ich hinterher merke, dass ich irgendwas komplett falsch erzählt habe im Video oder auch noch Ergänzungen dazu mache, dann gibt es auch noch Texteinblendungen dafür. Ja, genau. Und das mache ich alles mit KDN Live. Und ja, damit funktioniert das eigentlich ganz gut. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Ja, zur Kamera, da habe ich jetzt so eine Logitech Brio dran. Die hatte ich nicht am Anfang, als ich damit angefangen hatte. Da hatte ich eine schlechtere, irgendwie 10, 920 oder so irgendwas. Die hat ein schlechteres Bild gemacht. Und die Brio ist ganz okay, wenn man genug Licht im Raum hat. Der Punkt Licht kommt ja denn als übernächstes auch nochmal dazu. Mikrofon ist quasi so dieses Profi-Ding, was ihr auch bei vielen YouTubern sehen werdet. Das ist die Shura SM7B. Das wird über XLR gebunden. Also ich brauche noch extra so ein Audio-Interface, also eine spezielle Soundkarte, die analog in digital umwandelt. Und da habe ich so einen kleinen Penöppel drin, sodass das auch relativ einfach funktioniert, ohne dass ich noch einen großen Kasten hier rumstehen habe. Ja, Licht. Da habe ich mir, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Die waren relativ günstig. Die heißen Hollywood-Spiegellampen. Da habe ich gleich auch nochmal ein Bild zu. Das sind eigentlich so einzelne Lampen, LED-Lampen, die man um den Spiegel kleben soll oder vielmehr auf den Spiegel drauf kleben soll. Die kann ich in drei verschiedene Farben stellen. Also einmal kaltweiß, so ein mittel-warmweiß und warmweiß auch in verschiedenen Helligkeitsstufen. Das ist das, was hinter mir an der Wand klebt, damit man mich besser sehen kann. Und dann habe ich eine relativ helle Deckenlampe und damit ist das ein relativ homogenes Bild. Den Greenscreen, das ist bei mir eine grüne Stoffbahn, die ich mit selbstangenähten Ösen hinten an die, ja, einmal an so einen Schrank dran mache. Da habe ich mir so ein paar Nägel reingehauen. Da hänge ich das jedes Mal an, wenn ich eine Aufnahme machen will. Und dann habe ich so eine, ja, da habe ich einen Greenscreen. Ja, also das ist denn das, was ich so sehe, was ihr normalerweise nicht seht. Da habe ich zwei Monitore. Auf dem linken Monitor habe ich, ja, je nachdem, was ich gerade mache, habe ich eventuell dann meine Folie, eine virtuelle Maschine, die ich dann vorführe oder einen ganzen Desktop. Und auf dem rechten Monitor, da habe ich dann das OBS drauflaufen. Da kann ich dann so ein bisschen gucken, ob das gerade alles läuft, ob der Pegel richtig ausschlägt, also der Mikrofonpegel, dass ich laut genug bin. Ja, genau. Und dann diese hellen Punkte um diese Pinnwand drumherum, das sind diese Hollywood Spiegellampen. Die habe ich bei mir da direkt auf die Wand draufgeklebt. Ja, und da habe ich verschiedene Lichtfarben und dazwischen so ein bisschen, ja, unscharf gemacht. Da ist meine Pinnwand mit verschiedenen, ja, Aufträgen oder auch mit verschiedenen Punkten, die ich noch zu erledigen habe, die pinne ich da damit dran. Und natürlich habe ich einen Pinguin draufsetzen und noch einen Pinguin und eine Eule und genau, so sieht es halt dann aus. Ich habe bei mir nicht so viel Platz in dem Büro, wo ich das mache. Sinnvoller wäre es natürlich, wenn man mehr Platz hätte, sodass man nach hinten irgendwie eine Softbox aufstellt, sodass das Licht anders ist. Das kann ich bautechnisch aber nicht machen, von daher sind diese Hollywood Spiegellampen eigentlich eine ganz tolle Lösung für das, was ich hier habe. Und die waren auch relativ günstig. Also von daher bin ich ziemlich zufrieden mit den Dingern. Ja, jetzt nochmal der Blick hinter mich quasi. Auf diesem Stühchen, da sitze ich gerade und da seht ihr noch dieses Mikrofon, die Tastatur von mir. Und der große grüne Vorhang da hinten, also diese Stoffbahn, die ist da so ein bisschen dran gemacht an meine, an dieses Regal da, an diesen Hängeschrank. Und dann noch ein bisschen zur Seite drüber, dass ich quasi so in einem L sitze. Also das fängt da an, geht dann hinter mir weiter und ja, hört da irgendwo auf. Genau, also so sieht es hinter mir bzw. seitlich neben mir aus. Dann zum nächsten Punkt, wie entsteht ein Video? Ja, also bei mir ist das ein mehrstufiger Prozess. Also erstmal brauche ich erstmal ein Thema. Das entdecke ich irgendwie. Es gibt so Dauerthemen, die mich irgendwie interessieren, mit denen ich beruflich und privat zu tun habe. Also Debian ist halt so ein Dauerthema, benutze ich halt für alles Mögliche, eben Privatkundenprojekte und so weiter. Und da bin ich insofern immer informiert und interessiere mich auch dafür, kommt jetzt eine neue Version raus. Also dieses Jahr wird ja auch noch Debian 12 rauskommen. Da habe ich dann wieder was zu tun. Also M23 muss ich wieder anpassen. Und ich werde im Laufe des Jahres dann auch ein paar Rechner umstellen. Und dazu wird es dann auch wieder Videos geben. Gehe ich einfach mal von aus. Dann sind das viele Kleinigkeiten, die mir irgendwie auffallen innerhalb von irgendwie Projekten, mit denen ich zu tun habe. Wo ich dann denke, naja, das könnte eventuell eine ganz tolle Sache sein. Das ist nicht nur für mich interessant, sondern vielleicht auch für euch. Also diese Sachen wie, ich stelle jetzt einen Server um von dem auf den, welche Probleme gibt es da, auf welche Dinge müsst ihr achten, damit ihr dieselben Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, nicht nochmal macht, dass ihr einfach glatter dabei durchkommt. Also es sind so Tipps und Tricks, so verschiedene Sachen, die ich immer im Fokus habe und die ich hinterher in so eine Folge umbaue. Dann gucke ich natürlich auch noch bei Nachrichtenseiten wie Linux News oder GNU Linux CH, was da gerade so aktuell ist. Da sind, ja, alles möglich. Da werden Distributionen vorgestellt, da werden neue Anwendungen vorgestellt oder eben auch neue Versionen von schon bekannten Projekten. Da gucke ich quasi jeden Tag einmal drauf, was es da so gibt. Und wenn ich mir dann denke, hm, das wäre eventuell eine interessante Sache, sich das mal anzugucken. Das interessiert mich jetzt entweder privat, weil es ja ein tolles Projekt ist oder so. Kenne ich noch nicht, will ich mir sowieso mal angucken. Dann mache ich eventuell eine Folge daraus, weil ich ja dann hinterher zum Schluss komme. Das ist so gut, das will ich euch nicht vorenthalten. Oder es gibt natürlich auch andere Sachen, da gucke ich mir drauf, denke erst, hm, könnte was werden. Und dann probiere ich das mal so ein bisschen aus und denke mir, ach nö, das ist irgendwie doof, dazu machst du jetzt doch kein Video. Ja, und da gibt es natürlich noch mehr Nachrichtenseiten, wo ich denn hin und wieder mal sporadisch drauf gucke. Und wenn ich über was stolpere, gucke ich mir das erstmal grob an, ob das überhaupt irgendwie was wäre. Genauso ist es mit Kundenprojekten. Da sind zum Teil sehr spezielle Sachen drin, die einfach für die Allgemeinheit eher uninteressant sind. Da picke ich mir dann Sachen raus, wo ich mir denke, dass die doch eher allgemein interessant sein könnten. Und dann überlege ich halt, naja, ist das irgendwie was, was man wirklich benutzen könnte. Dann recherchere ich eventuell noch mal ein bisschen nach. Und wenn sich da so eine Tendenz ergibt, ja, das könnte was werden, das könnte was für ein Video sein, dann lege ich mir eine neue Textdatei an und da schmeiße ich dann die Informationen, die ich schon mal zusammengesucht habe, da einfach rein. Ja, dann kann das mehr oder weniger lang rumliegen. Ich habe jetzt, na wie viel habe ich jetzt, also sagen wir mal 75 verschiedene Folgen in verschiedenen Stadien habe ich rumliegen. Also von interessiert mich irgendwie, habe ich mal einen Link reingeschmissen in eine Textdatei, bis zu eigentlich ist es jetzt quasi komplett fertig. Ich brauche es bloß noch aufzunehmen, wie das hier. Das ist halt vorbereitet, diese Folien, die habe ich gemacht und jetzt nehme ich die gerade auf. Und so gibt es sehr, sehr viele einzelne Folgen in diversen Zwischenstadien, wo ich auch bei einigen nach einer gewissen Zeit dann gesagt habe, nee, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Da habe ich am Anfang gedacht, oh, das ist toll. Und dann irgendwie nachher habe ich gedacht, ach nee, das ist doch irgendwie total blöd, weg damit. Ja, wenn das diesen Punkt erreicht hat, wo ich denn meine, oh, damit möchte ich mich jetzt mal näher beschäftigen, dann sammle ich noch weitere Informationen. Dann reichere ich diese Textdatei, die ich schon habe, um weitere Informationen an. Dann als nächstes bereite ich die Folge auch wirklich vor. Da mache ich dann diese Folien hier, die ihr seht. Oder ich mache zum Teil auch Fotos, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. Und je nachdem, worum es sich handelt, gibt es natürlich weitere Vorbereitungstätigkeiten, wie virtuelle Maschinen erstellen, Hardware vorbereiten. Es gibt einige Setups, die komplizierter sind. Also hier habe ich eine Kamera dran, dann habe ich das Mikrofon natürlich, habe einen Monitor. Und das ist letztendlich alles. Also das hier ist so eine reine Laberfolge. Aber es gibt eben andere, wo es deutlich komplizierter ist, wo ich wirklich sehr viel Zeit in die Vorbereitung reinstecken muss. Oder wo ich denn vielleicht mit mehreren Rechnern hantiere, die über eine Capture-Karte anschließe. Oder als ich da mit dem Raspberry Pi Pico gebastelt habe, brauchte ich irgendwas so, dass ich meinen Tisch hier vor mir abfilmen kann, weil ich da den rumgebastelt habe und sowas. Also das kann beliebig kompliziert werden. Ja, und das hier ist jetzt quasi so das Einfachste. Dann zur Aufnahme. So ein OBS, das ist zwar grundlegend eingerichtet, womit ich die Aufnahmen mache. Aber je nachdem, was ich in der Folge vorhabe, muss ich das natürlich irgendwie anpassen. In OBS gibt es einzelne Szenen, wo ich denn festlege, ja, die Folien, die ich hier zeige. Das ist eine Szene, die sind durch HTML einfach eingebettet. Da kann ich dann hin und her scrollen. Das ist quasi immer dieselbe Szene. Dann habe ich natürlich diese Anfangsszene, wo ich ja sage, ja, wir kommen bei einer neuen Folge vernichtlicherweise letzter Schluss und so weiter. Das ist eine. Und dann habe ich vielleicht noch 20 weitere Szenen für spezielle Anwendungen. Also ich habe einmal meinen Texteditor, wenn ich Quelltexte zeige, dann habe ich was für virtuelle Maschinen. Dann habe ich was für dieses, jenes und welches. Und diese Szenen stelle ich mir so zusammen, dass ich die quasi so zusammen habe, dass ich schnell umschalten kann. Und vielleicht muss ich auch noch eine neue Szene bauen, weil ich mal was anderes möchte. Also dieses Mal habe ich neu gebaut, die ist nur ein Bild einblenden. Das hatte ich vorher noch nicht. Und ja, das habe ich jetzt gemacht für dieses Mal. Und genau, das dauert jedes Mal OBS anzupassen an die jeweilige Folge. Da muss ich natürlich Beleuchtung anschalten. Das geht natürlich relativ schnell. Greenscreen anhängen. Das geht auch relativ schnell. Wenn ich das jetzt im Sommer aufnehmen würde und tagsüber, da ist es ja relativ lange hell. Da muss ich ja in Ordnung verdunkeln, damit ich von draußen kein Licht reinkriege. Weil ansonsten würde bei jeder Wolke, die denn vor der Sonne längst fliegt, mir die Beleuchtungssituation komplett auseinanderfallen. Dann ja, also von daher Außenlicht aussperren, damit das quasi immer gleich bleibt. Im Winter brauche ich da nicht so viel zu machen, weil es ist jetzt eh schon dunkel und es wird auch früher dunkel. Und an Tagen, wo es ja eher bewölkt ist, da braucht man das auch nicht so unbedingt. Aber praktischer ist es, wenn man es verdunkelt, wenn es draußen noch hell ist. Dann zum Schnitt. Also ich suche mir die besten Aufnahmen aus dem, was ich aufgezeichnet... Dann zum Schnitt. Das habe ich eigentlich schon mal erzählt. Das ist das, was ich da meinte. Das ist immer das, wo ich denn... Ja, nachher vielleicht nochmal was rausschmeiße. Weil ich das schon fünf Minuten vorher gesagt habe. Ja, also ich suche mir aus den Aufnahmen natürlich das Beste raus. Was ich meine, was das Beste ist. Also Verhaspler versuche ich rauszuschneiden. Es sei denn, die sind irgendwie trotzdem ganz witzig. Dann lasse ich es auch manchmal drin. Oder langweilige Stellen, die fliegen dann raus. Dann suche ich nach Grafiken und Tonschnipseln, die ich dann an den Stellen einfüge, wo ich sie ganz gut finde. Dann erstelle ich manchmal so kleinere Animationen. Die Schnecke kennt ihr wahrscheinlich, die dann bei langen Strecken einfach mal durchläuft, weil es dann ewig dauert. Und am Ende kommt natürlich der Abo-Pinguin, Glocke drücken und so weiter. Und dann habe ich auch noch mein Outro. Das kommt immer ans Ende dran. Wenn ich das so gebaut habe in KDN Live, dann muss das auch noch gerendert werden. Also es muss aus diesen ganzen Einzelstücken mit Effekten ein fertiges Video gemacht werden. Das heißt, rendern dieser Vorgang. Das kann mehr oder weniger lange dauern. Da ich das normalerweise in VP9 mache und die CPU ist nach heutigem Maßstab natürlich wieder nicht die schnellste und so weiter. Und es gibt auch keine sinnvolle Hardwarebeschleunigung dafür. Daher dauert das relativ lange. Also so mit 10, 11 Bildern pro Sekunde rendert das. Und die Aufnahmen, die ich hier mache, die sind halt mit 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen. Und dann dauert das dementsprechend ungefähr so dreimal so lange, wie das Video, was eigentlich nachher rausfällt. So lange dauert das Brechnen dafür. Dann als nächstes muss ich noch einen Artikel schreiben. Also vielleicht habe ich den auch schon vorher geschrieben. Aber normalerweise mache ich den hinterher, nachdem ich das alles gemacht habe. Für meine Projektseite weisheit.gusshabermann.de und daraus leite ich eine Videobeschreibung ab, die ich bei YouTube und bei PeerTube verwende. Das ist quasi dasselbe ohne HTML-Formatierung. Da muss ich das Ganze natürlich auch noch hochladen auf zwei Plattformen. Und da muss ich diese Links, die ich rauskriege zu dem Video. Also YouTube hat so einen YouTube-Link und so einen Technics-Link. Da gibt es eben auch einen und diese beiden Links nehme ich und ergänze die nochmal in dem Artikel, den ich da drinnen habe. Und dann erst hinterher lade ich den Artikel auch hoch. Dann vielleicht zu einer interessanten Frage. Wie lange dauert das? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Tolle Antwort da drauf. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ja, Thema entdecken und kurze Recherche. Das kommt wirklich sehr drauf an, wenn ich irgendwo drüber stolper, also bei Linux News oder GNU Linux CH und das für spätere Verwendung einfach mal abspeichern will, dann nehme ich mir eine Textdatei und packe da bloß den Link zu diesem Artikel rein. Das ist mehr oder weniger so ein Marker für mich. Irgendwann könnte ich dazu mal was machen. Wenn mich das jetzt gerade so fesselt, das Thema, dann mache ich vielleicht nochmal eine kleine Recherche dazu. Dann gucke ich mir das Projekt nochmal ein bisschen genauer an. Also es sind so zwei bis zwanzig Minuten. Dann, wenn das diese Kette durchlaufen hat, dass ich das wirklich machen will, dann bereite ich denn Folien vor, in mehreren Schritten auch. Also das dauert so ungefähr bis zwei oder dreimal so lange, wie das Endvideo nachher ist. Also das kommt aber auch wieder sehr drauf an. Das kann auch deutlich schneller gehen oder es dauert deutlich länger. Ja, ich brauche meistens relativ viel Zeit, wenn ich irgendwelche Grafiken nochmal suche. Also so wie hier diese Stoppuhr da eingeblendet ist. Da, ja, da probiere ich da ein bisschen rum, bis das dann irgendwie so ist, wie ich denke, oh, okay, das sieht ganz okay aus. Oder das ist die Grafik, die ich auch haben möchte, die das ausdrückt, was ich haben möchte. Das kann relativ lange dauern, diese Folien vorzubereiten. Einrichtung kommt natürlich auch wieder drauf an, Greenscreen, Licht und so weiter. Das geht relativ zügig. OBS-Einrichtung kommt wiederum drauf an, wie lange das dauert, neue Szenen zu bauen oder andere, ja, anzupassen, wie ich es gerade brauche. Sagen wir mal ungefähr 30 Minuten. Dann die Aufnahme selbst. Die ist länger als das Endvideo. Ich habe jetzt einfach mal gesagt 120 Prozent, also 20 Prozent von dem, was ich aufnehme. Das kommt in die Tonne, das kriegt ihr nicht zu sehen. Das kommt aber sehr drauf an. Dieses Mal läuft es ganz gut. Da habe ich mich wenig verhaspelt, denke ich jedenfalls mal. Da habe ich große Stücke, wo ich eigentlich nichts machen muss. Die lasse ich so durchlaufen, das ist in Ordnung. Bei anderen Videos ist es doch deutlich stückiger. Da musste ich dann wirklich mal kleine Häppchen machen, weil, oh nein, jetzt hast du das total blöd gemacht. Eigentlich müsstest du jetzt nochmal den ganzen Abschnitt nochmal neu aufnehmen. Und da versuche ich normalerweise das so hinzuschneiden, dass ich es nicht nochmal aufnehmen muss. Denn die Setup nochmal wieder so aufzubauen und so, das ist so viel Arbeit, dass ich da normalerweise überhaupt keine Lust zu habe. Von daher, ja, genau. Und Videoschnitt kommt auch wieder extrem drauf an. Es gibt einige Sachen, die quasi durchlaufen in den überwiegenden Teilen. Und andere Sachen, die wahnsinnig kompliziert sind. Bei diesem Spielen unter Linus Video, was ich gemacht habe für die Tux-Tage. Und was es auf meinem Kanal oder den Kanälen gibt in einer deutlich längeren Variante. Das hat auch ewig gedauert zu schneiden, weil da so viel Einzelkram drin ist. Und wo ich das Timing auch genau drin haben wollte, weil es mir extrem darauf ankam. So was dauert viel, viel länger. Und dieses Video Spielen unter Linus, das hat auch ewig gedauert. Und auch in der Vorbereitung und in allem. Also das war das, wo ich am meisten bis jetzt an Arbeit reingesteckt habe. Ja, wenn das alles soweit fertig ist, Artikel schreiben, kommt auch wieder drauf an. 20 Minuten, so ungefähr, bis das so ist. Ich bastle auch relativ lange mit irgendwelchen Formulierungen hin, bis ich denke, aha, das ist das, was ich ausdrücken wollte. Und es ist allgemein verständlich genug. Ich neige normalerweise dazu, relativ lange Sätze zu machen. Und dann überlege ich dreimal, aha, kann man das noch so machen, kann man das noch verstehen? Oder muss ich das nochmal zagstückeln in kleinere Sätze? Dann hochladen, veröffentlichen und so weiter. 30 Minuten ungefähr. Hochladen kann natürlich je nach Größe von dem Video auch beliebig lange dauern. Ja, aber da habe ich jetzt mal gesagt, so 30 Minuten. Ich musste ja auch nicht aufpassen und wirklich, keine Ahnung, 20 Minuten vorm Rechner sitzen und warten, bis die Sanduhr durch ist, bis das hochgeladen ist. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Kleiner Einblick in die Arbeit, die ich hier reinstecke. Dass es doch vielleicht ein bisschen mehr ist, als man vielleicht so denkt. Also es ist eine ganze Menge zu tun, damit man das so hinkriegt. Andere Leute sind bestimmt deutlich schneller. Also ich lege halt Wert auf Details und dann arbeite ich das auch nochmal nach und sowas alles. Und das braucht eben seine Zeit. Ansonsten habt ihr vielleicht auch ein bisschen was mitgenommen, falls ihr selbst auf die bekloppte Idee kommen solltet, YouTube, Peertube oder sonst einfach Videos aufzuzeichnen oder sowas, wie man das vielleicht so ein bisschen so machen kann oder auch nicht. Macht es, wie ihr meint. Ja, ansonsten abonnieren, hier kommt der Tux, Glocke drücken und bis dann weitersagen und tschüss. Glocke drücken und bis dann geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020